Polizei Klappe 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 Einzelnen vom Lokkultum sieht man schon mal und die Abfahrt So krass die erste aufgeschlagen hat, sind die anderen jetzt mut. Die heftigste, die ich hier gefahren bin vom Schlagen her, ist die im Eiffelpark. Die ehemalige heulichwilder Autofahrt, Junge. Ja, die hat gut gekleppert. Die ist ja nicht ganz zerstörend. Ich bin die nur einmal geparkt, weil ich kann mich so gut daran erinnern. Ich hab ja Angst vor den Bremsen immerweil. Ja Mann, ja Mann. Oh Gott, jetzt. Was? Was waren das denn für geile Bremsen? Der macht fast so smooth wie die im Mikro-Watt. Er gab es nicht mehr zu sagen. Ich hab das geile Bremsen, aber ich habe das geile Bremsen. Ich habe das geile Bremsen hier wenige Regen. Ich habe das geile Bremsen. Ich habe das geile Bremsen und Herrin und ich habe die Regen zuШlafen. Hier wurde die Regen zuerstrehen und Québremsen hier. Ich habe mich nie getan. Wir brauchen die Neuk lashes. Vielen Dank.